GameKeys und GameCards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Yo, was geht ab Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Bully die Ehrenrunde. Ja Freunde, heute geht es endlich weiter mit Bully die Ehrenrunde. Ich weiß, ein bisschen die Aktivität ist da gewesen. Ihr habt gesehen, mehr COD kam, weniger Videos, dafür mehr Livestreams. Ich habe bis jetzt seit über einer Woche jeden Tag gelivestreamt. Heute wird wieder ein Livestream stattfinden. Kommt auf jeden Fall alle vorbei, wenn ihr nichts verpassen wollt. Sehr lustige Streams, sehr sehr aktive Streams. Mit Special Gästen wie zum Beispiel Erne war am Start vorgestern. Der Vinjes war da, der Stefan war da, der Kami war da, der Emre war da, der Kevin war da, Axis war am Start. Aber Freunde, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, checkt gerne meinen Twitch-Kanal aus, weil da findet ihr regelmäßig Content von mir. Von mehreren Stunden. Da könnt ihr mich auch sofort melden möchten, natürlich freiwillig. Ganz oben in der Videobeschreibung verlinken. Checkt auch meine Social Medien aus. Alles in der Videobeschreibung unten verlinkt. Einfach auf mehr Anzeigen klicken. Dann gelangt ihr sofort zu meinen Social Medien wie Snapchat, Instagram. Da erfahrt ihr immer, wann Livestream stattfindet oder sonstige Sachen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ich würde mal sagen, jetzt wäre es mal weiter mit Bully die Ehrenrunde. Wir sehen uns dann gleich zum Spiel wieder, Freunde. Bis gleich. So Freunde, wir sind im Spiel angekommen. Eigentlich, wir sind schon weiter als in der letzten Folge. Gestern ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Der Ton wollte mich einfach nicht mit aufholen in der GameStop. Deswegen war die komplette Aufnahme unbrauchbar. Aber diesmal läuft der Sound, ihr seht. Und es ist auch nicht viel passiert. Wir haben nur ein Radrennen gemacht. Dieser Gary ist wieder gekommen, hat uns reingelegt. Wo wir letztens im Boxclub waren. Deswegen haben wir das Oberteil an. Ansonsten ist eigentlich nichts passiert. Dann werden wir mal schauen, ob das jetzt abgehen wird. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Achja, Freunde. Und bald werde ich ein neues Mikrofon am Start haben. Dann ist die Qualität besser, man hört mich besser, lauter, klarer. Also langsam, aber sicherer kommt es. Ich würde sagen, wir fahren zur Mission. Wir sehen uns dann gleich bei Mission, Freunde. Bis gleich. Ey Freunde, wir werden einfach angegriffen. Was soll der denn? Was? Du kleiner... Lelik, Alter. So. Wir sehen uns, ob er ein bisschen angekommen. Boxt uns einfach. Pads Haus. Ich bin sorry, ich bin sorry. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Wer ist dumm? Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ey, 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 ey. Bitte. Easy, Russell. Calm down, calm down. Sit. Good boy. Danke, danke. Das dumm ist wirklich stark. Dumb? Hey, be gut. Nein, nicht du, Einstein. Nicht du. So, wie hat alles funktioniert mit diesen Ecken? Nicht wie ich erwartet. Never trust a rich kid. Too bad. Too bad. Was ist das der Kerl, Tad? Du weißt, seine Eltern sind an einer Party in meinem Boss' Haus. Jetzt. Wenn du eine Revenge-Sache willst, dann wäre es ein guter Zeit. Ich glaube, ich brauche noch mehr Ecken, dann. Ah, ja. Du hast es. Danke. Komm mal, Russell. Wir haben ein Hauskopf zu machen. Eier schmeißen auf dem Haus, aber wurden dann reingelegt. Und ja. Jetzt müssen wir uns natürlich rechnen, Freunde. Ich hoffe, man hört mich gut genug, weil das Mikrofon steht nicht vor meinem Mund, sondern neben meinem Mund. Aber sollte eigentlich passen. Auch wenn es kein Großmembran-Mikrofon ist. Oh, shit. Da laufe ich besser hoch. Er fährt einfach hoch. Das Monster. So. Zack. 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 Jetzt. Da ging der hin. Wir haben halb sieben abends schon. Hinspielen. Eieiei, komm. Es geht brattern. Okay. Komm mit. So. Wirf ein Ei in jedes offene Fenster. Okay, kein Problem. Zack. Okay, er unterstützt uns. Das ist schon mal gut. Next eye. Zack. Zack. Oh ja, gib ihn auf seinen Nacken. Soll er helfen? Der braucht keine Hilfe, das pollert einen Mammut. Hier. Genauso. Du ziehst den Rucksack aus, wenn du mit mir redest. So. Zack. Ich bin die ganze Couch versaut. Oh, der... Hmm. Zack. Mit mir helfen da bei ihm. Der boxt ihn einfach um. Oh shit. Nein, er ältert sich Takti Takti Oh shit Geh, wir müssen weg Oh shit, wir müssen weg Oh shit, wir müssen weg Kann ich das Auto klauen? Shit Du kleine M... Und ciao Eieieiei Eieieiei Weg, weg, weg Hier, was? Du willst Eier? Hier Hier So Holy Ey, wir müssen weg Ciao Guck mal Eieieiei Wir freuen uns, wir speichern mal eben Wir sind gleich wieder So, Freunde, neuer Tag Neues Glück Mal gucken, was uns heute wieder für den Ärger erwarten wird Wir sind hier wieder in unsere Hood Der will mich safe schlagen, denken wir Oh, doch nicht Weiii So, die nächste müssen uns, glaube ich, hier vorne Da brauche ich gar nicht, äh, cutten Verstand irgendwas, da stand gerade Höchst Ich muss hier Welche Zeit nachher hier oben Woher möchtest du denn hin? Ich muss hier Ah, die nächsten müssen sogar hier Sagen wir, bitte Box Herausforderung Oh So, wie mache ich es, Pete? Was machen Sie? Sie schrauben die grünen Kinder in der Submission. Na, was haben Sie so versucht? Verwaltungsverwaltung, Widespread Destruction, Gratuitous Sadismus. Nein, nein, das wird nicht funktionieren. Sie bekommen all diese Dinge zu Hause. Was Sie müssen machen, ist Sie schrauben einen von ihnen publikamente. Sie müssen ihnen zeigen, dass Sie besser als der beste Mann sind. Warum nicht das dumm, Dreck Biff? Nicht schlecht, Pete. Nicht schlecht, überhaupt nicht. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Wait, Jimmy, kann ich auch kommen? Was? Wohl, wohl. Wie jetzt zum Boxclubs? Oh, shit. Hey, jetzt beginnt er zu schneiden! Hey, wie geil ist das denn?! Ich kann mich gar nicht... Ich schwör auf, weil ich kann mich nicht mehr erinnern, dass es in dem Spiel überhaupt schneit. Jetzt auf gleich? Der Boxclub ist ja direkt hier vorne. So, guter. Bruder, komm runter, ey. So, dann werden wir den jetzt mal eine kleine Lektion unterteilen. Ja, okay, der ist auf jeden Fall ein, zwei Köpfe größer als wir. Oder? An gutem Kopf. An gutem Kopf. Und der 1. Kämpft. Oh, 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 oh. Oh, ja. Pop, 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 pop. Oh, shit. Oh, oh. Gib, gib, gib. Oh, shit. Oh, shit. BAM, 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 BAM. Oh, der hat schon blau das Auge. Ja, ja. Tag, Tag, Tag. Oh, shit. Oh. Wir haben fast ne ersten Halbzeit Dome, äh, halbzeit, ersten Hunde Dome gehabt. Komm her, 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 komm, 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 einfach slap, 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 slap. Und, bäh, was, oh mein Gott, der macht ernst, macht Spaß, der war ernst. Ich schnock den jetzt so aus, wir haben es geschafft, Freunde, wir haben ihn einfach Kau geschlagen. Wventur? Wer ist der schlimmste? Wer ist der schlimmste? Wer ist der schwerste? Wer ist der Mann? Wer ist der Mann? Wer ist der Mann, ich! Ich, lesz Lose! Ich, der Schäfer Nummer 1! Ich bin der Schäfer der Schäfer. Ich verletze die Schäfer! Der Schäfer ist der Schäfer. Der Schäfer ist der Schäfer. Er ist unser Schäfer. Was? Er ist die neue Schäfer? Komm her! Komm her, komm her! Oh, shit. Oh, shit. Ich stopp. Ja, 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 komm her, du willst Ärger? Kein Problem. Komm, jetzt nehmen wir die richtig auseinander. Riecht hier wie im Film. Tag, Tag. Zack, Zack, Zack. So, wo ist der? Du willst mich also verfrügeln? Wo bist du, komm her? Komm her, du hässlicher Riecht. Zack, Zack. So, jetzt holen wir uns. Jetzt ist es vorbei. Oh, okay. Kein Problem, Bruder. Oh, 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 shhh. Ja, guck, die können nur zu dritt kommen, die beiden. Egal, wir nehmen die auseinander, wir nehmen die auseinander. So, mein Freund, jetzt, jetzt, du, ich schon, du, komm her. Oh, der hat uns so einen Uppercard gegeben. Guck mal, ey, das ist so ein... Egal, dann machen wir das gleiche wie er. Ey, wo kommt, wir kommen durch die Wand gespawnt. Ja, läuft bei euch. Der Bock, bock, dreh ich doch um? Das sieht ja gerade nicht gut aus. Das sieht ja echt nicht gut aus. Oh shit, oh shit. Ja. Freunde, ich schauke gerade, da muss ich gerade rein. Du und deinen Eiern, Junge, genau so. Ja. Und dieser kleine... So, neben, zack. Okay, jetzt sieht er alles in den Putt. Ja. Ey, der geht mir so auf den Sack, ne. Okay, die kommen mit Eiern. Woher kommen die? So. Ich hab dich doch schon verprügelt. So, jetzt kriegt ihr mal Eier ans Gesicht. No homo. Komm her, komm her. Komm, den haben wir gleich, wir haben den gleich. Wir haben den gleich. Komm, 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 komm. Boah. So, jetzt noch nicht seine Jungs, kommt ja. Er ist ja auch noch nicht ohne mein Team. Ey, wenn wir jetzt verkacken an den Eiern, ne. So, safe. Das packen wir, das packen wir. Zack. Ja. Er hat so einen Tritt auf seinen Kopf bekommen. Wer ist der Boss jetzt? Ich kann dich nicht hören, du rote Kinder. Wer ist der Boss jetzt, mein waspiger Freund? Antwort auf die Frage. Du bist... Lauter. Du bist... Das ist richtig. Ich. Jetzt, ihr Mädels, lernen, zu spielen gut. Du verstehst? Wir haben die auseinandergenommen. Junge, junge, die denken, oh, okay, komm mit ihren Jungs, ey. Ich bin nicht alle eins auf mich. Kapitel 3, Freunde. So, it will surprise none of you to discover in a future life, he'll end up in Congress. But this is my story, not his. With the trust fund babies under control, it's time to turn my attention to their sworn enemies, those greaseball kids. So, you must be pretty proud of yourself. You taught those rich scum a lesson? They're rich, weak bullies. It was easy. Oh, wir haben Beine hatten. They picked a fight with me, and I showed them who was Boss. And Gary got them to pick that fight, so maybe you'll show him as well. Gary's an even bigger problem. He'll have to wait. Hey! What's this throwback want? A haircut? A nice strong man to cuddle up to? Who knows? Jimmy Hopkins, right? My friend Johnny needs your help. Then tell your friend Johnny to come and ask for it. Nobody tells Johnny anything. Johnny Vincent doesn't tell me. Well, he doesn't tell me what to do. Now beat it, greaseball. You're causing an oil slick. I said he needs your help, man. Do I look like a charity service? You're gonna pay for this. What is wrong with this place? Everyone here either needs help, wants to beat you up, or both. Well, you know who Johnny Vincent is, though, don't you? No, and I don't care. He's head of the Greaser-Click. Get friendly with him, and he can help you get to Gary. Yeah, maybe. Tell you something, Pete. This place blows. Tell me about it. Hey, look, we're doing a really nice Christmas thing. Come, we're going to look at what he does. One of the things I can do. Yeah, okay, I'm going to write you up on those pants. Yeah, okay, I'm going to write you up on those pants. Bruder. Stimmt, Kleidervorschrift, Schule, this, that, blah, blah. Yeah, come, we're going to take it, friends. Outfits. Uh, school uniform. So, we're going to save. So, we're going to save. So, we're going to save. So, we're going to save this on the start. Chemietkasten, we're going to use a few Stinkbomben. Ne, Feuerwehrkörper. Okay. Okay. Okay, we're going to save. Okay, we're going to save. Okay, we're going to save. So, where are you going to save? So, we're going to save the mission in the school. Can I actually drift? It's just snow. Younger, drive now. Stop. Stop. Fail. So. The mission is down. Yeah, it's... ... crazy. Unlobte Cushion. Ach, the beauty. Highly personal. Oh, hey, kid. How do I look? Wunderschön. Who's the lucky guy? Dr. Watt. The chemistry teacher? Uh-huh. I don't know what it is about that guy. But every time I get a look at his bald head and manic eyes, I go all gooey inside. Okay, that's enough information. Thanks. Yeah. I'm afraid of the old one. Love is blind. I sure hope so. Hey, kid. I need you to do me a favor. Ha, ha, ha. Dr. Watts doesn't actually realize that we're going on a date yet. Ha! But we are. Ha, ha. And I need to get ready. So, can you get me Ms. Phillips' perfume from the staff room? You know where that is, right? Oh, and I almost forgot. Some candy and some sedatives. And for the sedatives, don't buy them. Just look for them in the trash. Ha, yeah. Okay, I can do that. Good. Ha, 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 gotcha. Bah, ekelhaft. Einfach ekelhaft. Besorg, Edna's Sachen. Okay. Wir haben eigentlich Unterricht. Nee. Aber wir tun gar nichts mehr. Na klar, weg vom Lehrerzimmer. Okay. Das sollte kein Problem sein, in der Flitsche. Nee. Holy shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich bin immer da. Komm. Oh. Nein. 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 Ja, haben sie Unterricht. Chemie auch noch. Okay, Freunde. Dann gibts halt halt nochmal schön zum Ende. Unterricht. Okay. Macht's bereit. Okay. Ja, läuft solide. Wir haben's geschafft. Wir haben den gelernt. Da sind Stinkbomben. Kann ich jetzt trotzdem. Komm, vor allem. Noch ein Versuch. Einen Versuch versuchen wir noch. Und dann. Gibt's da nicht, ey. Ja, wir möchten dich nicht. Oh. Geh weg. So, jetzt haben wir auch keinen Unterricht. Das heißt, jetzt soll eigentlich weniger Lehrer da sein. Beziehungsweise sollten wir nicht gepackt werden. So easy. Oh nee, hier sind immer so viele Lehrer. Oh nein, aua, 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 aua. Oh. Oh, die Einsache haben wir. Das war echt gut gewesen. Kann ich nicht durch... Ich würde das Fenster abhauen und nicht nur durch die Tür gehen. Ist, packen wir uns safe. Da ist uns... Oh nein. Und ciao. Wir haben ein Skateboard, Freunde. Wir sind jetzt in klarer Vorteil. Hui. Bist du behindert, aber? Okay. Wir haben es doch nur geschafft. Ich muss raus. Drei Objekte noch. Nice. Egal, wir haben ein Skateboard, Freunde. Wir können uns schnell voranbewegen. Bruder, mach doch Platz. Ich mach' einen Cut, Freunde. So, Freunde. Ähm. Ja, gib her. Merci beaucoup. Nummer zwei. Und Nummer drei. Ja, Bruder, beruhigt. Ich brauche... Ey, jetzt macht ihr hier voll den Schuss. Waaah. Ekelhafter. Ich war leider noch im Nacken, besoffener Weihnachtsmann. Nein, Puster. Nein, 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 nein. Haben wir trotzdem noch die Sachen? Ich glaube, wir haben es nicht geschafft. Freunde, ich werde nur sagen, wir machen es beim nächsten Mal. Und dann müssen wir sagen, das war's für die heutige Folge. Bulli, deren Runde, Freunde. Wenn es euch klappt, wollen wir das gerne. Bert, natürlich. Ich gucke es. Ihr Bert, ihr wisst, wie es ist. Checkt meinen Partner, MMOGA, genau. Hier unten aus. Mit Gutschein-Code Lokomotiv. Der entspart mir 3% auf euren gesamten Einkauf. Wenn mich supporten möchtet, natürlich. Ansonsten, checkt auf jeden Fall meinen Twitch-Kanal aus. Checkt meine Social-Medien aus, denen ihr nichts mehr verpassen wollt. Und immer auf dem Laufen sein wollt. Und sowas bei Twitch gegen Dampfkässe richtig hören wollt. Checkt es aus. Gestern könnt ihr auch... Jürgen, wir Leute, die die Twitch noch nicht kennen. Ihr könnt die Stream-Wiederholungen euch angucken. So, was passiert ist. Die, die Stars, bla bla bla. Einfach mal abchecken. Sehr geiles Gameplay auch am Start auf Twitch. Wo ich so kurz davor war, die Snipes-Nuke zu holen. Aber alles beim nächsten Mal, Freunde. Zumindest sagen, ich bin raus. Ich wünsche mir was. Vielen Dank für's Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Ciao.